Delsen Heimgehen? Hör zu, du hast wirklich alles versucht, okay? Der Stamm weiß das, ich weiß das. Es ist ein Wunder, dass du überhaupt überlebt hast. Bitte, können wir nicht aufhören, solange es noch gut für uns läuft? Sag mir die Wahrheit. Wenn du ich wärst, würdest du aufhören und heimgehen? Auf jeden Fall, wenn ich du wäre. Ohne meine Kräfte werfe ich eben einfach mit Steinen. Aber ich kriege Augustine. Mir wäre es allerdings lieber ohne die David-und-Goliath-Steine-Geschichte. Also brauche ich deine Hilfe. Tja, du scheinst ja offenbar schon fest entschlossen zu sein. Also wozu brauchst du mich? Tja, wenn es noch eine Chance gibt, meine Kräfte zurückzubekommen, dann nur durch eins dieser Kernrelais. Na klar. Aber verdammt, Wretch! Ich kann keins dieser Teile ohne Kräfte aufbrechen, okay? Also brauche ich eigentlich nicht dich, sondern deine Waffe. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Du kriegst meine Waffe nicht. Keine Diskussion. Du... Scheiße! Aber vielleicht überlasse ich dir ja. Ein paar von meinen Kugeln. Danke, Mann. Die Folge werde ich garantiert bereuen, aber was gibt's Neues? Gehe lieber mal ein kleines Stück zurück. Ah, gut, dass ich zurückgegangen bin. Ah, vielleicht gibt's bei der nächsten Kraft ja... Projektile oder... Was weiß ich? Schläge. Ich ruf dich dann an. Oh nein, ich komm mit dir. Nein, 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 vergiss es. Ich komme klar. Hör zu. Falls du nicht vorhast, das nächste Kernrelais durch Unsichtbarkeit zu öffnen, brauchst du mich noch. Außerdem, du weißt gar nicht, wo es ist. Oh, ja. Ich denke an etwas und erschaffe es. Ich schätze, wenn man nur noch eine Kraft übrig hat, ist Unsichtbarkeit gar nicht so schlecht. Du sagst es. Ich träume seit der Pubertät davon, was ich tun würde, wenn ich unsichtbar wäre. Und damit endet diese Unterhaltung. Da ist es. Okay, Reg. Dann öffne es doch mal auf, Copart. Jackpot! Ja, das hoffe ich, denn da kommt ein Schwamm D.O.P.s auf uns zu. Na, ist das cool oder was? Ja, Sim. Hey, ich hab gesagt, geh in Deckung. Okay, ich hab das für mich ver間st. Ja, ich hab' geing D.O.P.s auf uns zu. Ich hab' geing D.O.P.s auf uns zu. MVER, WTF?! Ja, ich hab' geing D.O.P.s auf uns zu. Nein, ich hab' geing D.O.P.S. ARD Text im Auftrag von Funk Bist du okay? Ja, alles gut. Los, auf zum nächsten Kernrelais. Sorry, aber es wird zu gefährlich für dich mitzukommen, Kleiner. Bist du okay? Bist du okay? Bist du okay? Übrigens, ich habe ein paar von diesen Akulas gesehen, die Ärger machen. Was sagst du? Ich habe ja dieses tolle neue Schwert. Wir könnten sie aufmischen. Das Schwert ist voll cool, stimmt's? Ich weiß, echt cool. Na, interessiert? Nein, nein, schon gut. Im Tal des Todes warten ein paar Engel der Stufe 11 auf mich. Oh, wenn das so ist, dann lass ihn nicht warten. Oh, wenn das so ist, dann lass ihn nicht warten. Oh, wenn das so ist, dann lass ihn. Oh, wenn das so ist, dann lass ihn. Oh, wenn das so ist. Wenn ich schon hier bin, kann ich das auch anzapfen. Wenn ich schon hier bin, kann ich das auch anzapfen. Wenn ich schon hier bin, kann ich das auch anzapfen. Oh, hör zu, Mann. Sie ist... Mann, der bist du echt nicht gewachsen. Ich meine, man muss erst krabbeln können, bevor man auf den Turboschlitten aufspringt. Oh. Also, ist der Typ, der den Unfall verursacht hat, ist er entkommen. Hank? Hank? Augustine hat ihn. Das tut. Wirklich? Wow. In Woods hat er nur davon geredet, dass er nach Hause zu seiner Kleine... Ah, ich kümmere mich schon bald. Ich kümmere mich schon bald. Gut, diesmal ein paar Flügelmänner dabei zu haben. Mal sehen. Ich kann unsichtbar werden, zustechen und weg. Ich spirale die beste Flugabwehrstrategie. Wollt ihr hin? Jetzt kommt doch das Beste! Gut. Gut. Und ich dachte schon, es kann nicht noch besser werden. Hey Eugene, ich will nicht undankbar sein, aber schickst du mir das nächste Mal bitte etwas weniger feige Dämonen? Ich dachte, die sollten dich nur warnen. Alter, solche halben Sachen kannst du nicht bringen. Wir Conduits müssen uns umeinander kümmern. Okay, nächstes Mal. Versprochen, ich habe noch eins gefunden. Gut, das ist nicht weit weg. Danke. Oh hey, Selten, ein Haufen D.O.P. ist auf dem Weg zu deinem Ziel. Aber keine Angst, ich verwandere dich auf dem Weg. Gut zu wissen, ne? Das sollte funktionieren. Ja! Vorwärts, Freak-Team! Okay, ich meine, juhu! Und so, aber ich habe schlechte Neuigkeiten. Ich habe noch einen Kern gelegt. Und wieso ist das schlecht? In dem Gebiet wimmelt es von D.O.P.s. Aber vielleicht hast du ja schon genug Kräfte. Ich meine, warum ist das nicht hier so, dass wir uns dabei rausbringen? Hey, hey, hey! Kommen wir jetzt nicht so, okay? Wenn wir es wollen, gibt es nichts, was ein paar coole Conduits und eine Armee von Engeln und Dämonen nicht schaffen könnten. Meinst du das ernst mit dem Kuhl? Ich rufe an, wenn ich da bin! Es geht keine Ahnung! Ich rufe an, wenn ich da bin! Ich rufe an, wenn ich da bin! Ich rufe an, ș? Ich rufe an diesem Kuhl? Ich rufe an. Ich rufe an mir愛 auf den Kuhl? Ich rufe an mich, mein ein paar professionellen. Ich rufe an mir hinter dem Kuhl?! Vielen Dank.